Komponieren Sie eigentlich täglich mehrere Stunden? Ja, ich stehe auf, wenn ich dann natürlich nicht auf Reisen bin, und beginne zu komponieren, jeden Tag. Eine bestimmte Anzahl von Stunden, wie das auch manchmal tut? Ja, nicht viel, vier, fünf Stunden. Das genügt, klingt nach einer Jura-Klausur. Ich kann nichts mehr, sonst etwas Gutes machen, glaube ich, dann nur komponieren. Nur? Ja, ja. Und Sie schreiben natürlich alles von Hand, also jetzt nicht in den Computer? Nein, Gott sei Dank. Nein, Computer. Ich liebe Handschriften, weil man so viel daraus lernen kann, auch ein bisschen über den Gemütszustand. Dann versteht man auch diese Musik besser, nicht, wenn es in der Hand geschrieben ist. Ja. Ich kann links und rechts schreiben. Also simultan sozusagen, oben die Geigenstimme und die Orchestriegrund. Ja, als Kind habe ich sowas auch gemacht. Das heißt, ich bin links-händig, aber natürlich, ich musste dann rechts schreiben. Und, aber das hat eine, hat vielleicht erweitert. Das ist neurologisch sehr interessant. Ja. Wenn man beidhändig versatile ist, hat das, glaube ich, neurologisch unglaublich positive. Ja, aber manchmal ist man so ein bisschen nicht klar mit Gedanken. Das kann auch einem nur Rechtshändler passieren. Das hat mir auch immer wieder daran gekauft. Das hat mich gerade in der Hand gemacht. Das hat mich dann definitiv. Das hat mich immer wieder an. Das hat mich sogar gehört. Vielen Dank.